Ich wollte schon immer Chirurg werden, aber... Die Behörden haben mir die Zulassung verweigert. Jetzt bin ich Geschäftsmann. Aber das langweilt mich. Man kauft Dinge und verkauft sie wieder, man macht Geld und gibt es wieder aus. Was ist das für ein Leben? Aber ein Chirurg ist der Herr über das Leben. Er hält es in seinen Händen. Deins zum Beispiel. Er ist ein Teil von dir. Er hat eine Beziehung mit dir. Lassen Sie mich gehen, bitte. Du, du willst gehen, wirklich. Und dann bist du dir ganz sicher. Sehr gut. Sehr gut. Und dann bist du dir ganz sicher. Deus fighter. Du bist der Herr. Du bist der Herr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Du willst gehen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.